Hallo und Willkommen bei vielblauem nichts Nummer 179, die wöchentliche Faselrunde zum Wochenendeauftakt stimmt ja nicht, je nachdem wie man es definiert, Freitagabend ist ja auch schon Wochenende. Ja egal, jedenfalls ihr wisst ja und diesmal, ich sage es auch öfters, aber diesmal wird es so sein, nicht so lange wie vorher, weil es sind zwar fast alle am Start, aber teilweise in sehr abgekürzter Form aus diversen Gründen, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil heute ist es tatsächlich noch wieder relativ warm hier bei mir unterm Dach, da ist es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht stundenlang quasseln darauf muss, tue, werde. Schauen wir mal, ja, ich habe auch, ich habe so viel zu spielen noch, Hilfe, wo ich teilweise schon lange schiebe und unter anderem habe ich jetzt einen Berg, einen ganzen Schwung VR-Spiele, da bin ich doch ganz optimistisch, wenn es jetzt dann die Wetterfeuersage stimmt und ab Samstag, Sonntag deutlich kühler wird, dass ich da nicht ganz mich wegschwitze, wenn ich dann mal anfange zum Rumhüpfen und Zappeln und sonstige Sachen machen. Egal, was soll's, also, gehen wir es an, mache ich mal erst YouTube durch, ich habe ja diese Woche voll das Programm gehabt, ohne jetzt, kann ich auch schon mal gleich sagen, Moment, Plan, mein Masterplan, sagt mir, nächste Woche gibt es, also zumindest mal mindestens vier Videos, es könnte noch ein fünftes dazukommen, das ist je nachdem, wie meine, äh, mein Versandglück sich verhält, weil ich eigentlich dummerweise heute was, äh, erhofft habe, dass es heute erschienen, wird heute verschickt, stand auch seit heute in der Nacht auf Freitag als auf Lager, gerade aber erfahren, ja, das war vorab gebucht, weil das Paket heute ankommen sollte beim Händler, das kam auch an, aber zu spät, dass sie es dann noch weiter verschicken konnten, meint er, und jetzt wird das dann Montag verschickt. Naja, dann kommt es am Dienstag kalt, äh, und dann muss ich noch gucken, ob ich da ein Intro raus aufnehmen kann. Also, es wäre ein Intro-Video, es fasziniert uns ja alle, ich weiß, aber egal. Jedenfalls, es sind ein paar Videos, auch das kann ich eher so am Rande, ich habe Stand jetzt bis in den Oktober hinein sind drei Videos pro Woche garantiert. Momentan habe ich so ein bisschen den Konsum-Flash, haha, und arbeite meine Vorräte ab, sodass ich halt, äh, bis mich die Lust verlässt, möglichst viel gegessen und getrunken habe, und das wird dann halt, äh, getimt, und ich möchte nicht jeden Tag eins rausholzen, deswegen geht das weiter. Also, wenn ich mich komplett verzählt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles reicht bis ins nächste Jahr hinein recht groß aktuell. Und wenn nicht, dann die paar sonstigen, äh, Konsumgüter werde ich dann auch noch finden bis dahin. Aber egal. Warten wir es ab. Wenn dann natürlich die, da, die Zuschauerresonanz so reichhaltig ist wie aktuell gerade und noch, noch mehr abnimmt, dann werde ich halt auch irgendwann keine Lust mehr haben. Aber dann habe ich zumindest schon mal noch vorproduziert. Und dann kann man ja wieder mal ein bisschen langsam machen, wenn es denn ist. Egal. Wird tolls. Also, da so viel dazu. Moment, schnell was trinken. Schauen wir uns also die reichhaltigen Kommentare der Woche an, sofern sie nicht YouTube wieder verschluckt hat, weil da habe ich auch schon wieder seltsame Sachen erlebt jetzt hier. Also, was hatten wir mal? Gehen wir erst mal die an. Das erste war, glaube ich, vom, äh, das war das, die Pringles Limited Edition Döner-Kirbark-Flavor. Wo da, äh, im T-Lite mein, Pringles sind für ihn keine richtigen Chips. So komisches Kartoffelpulver. Außer Cream und Onion schmecken die auch nicht wirklich gut. Jein. Also, ja, dass es keine so echten Chips sind, das ist ja irgendwie offensichtlich, weil echte Chips sind halt nicht alle identisch. Klon-Chips. Also, natürlich, demnach halt künstlich produziert. Bei den anderen kann man ja noch glauben mit gutem Willen, dass das echte Kartoffelscheiben mal waren. Ja, aber gut. Wenn du, klar, da muss die Würze stimmen. Cream und Onion geht irgendwie gefühlt immer. Ist mein Eindruck. Ähm. Oder bei den meisten. Aber es gibt auch andere. Also, ich hab schon diverse, ich mein, Pringles hatte ich ja schon tatsächlich ganz schön viele inzwischen in meiner fantastischen Konsumreihe. Äh, da waren schon auch ein paar dabei, die schon ganz okay waren. Also, wenn, also, wenn irgendwas ein bisschen schärfer ist, dann überdeckt es ja eh immer viel an sonstigen Unzulänglichkeiten. Ähm, aber ja, das Schockierende war, dass ich meine Standardsorte zwischendurch hatte. Nicht fürs Video und die war dann wirklich nicht besonders gut. Aber egal. Jetzt muss ich mir kurz an einem Ohr kratzen. Äh. Am Ohr, wo das Mikro am Headset dranhängt, deswegen musste ich das jetzt weglupfen. So. Und der Düsi meint, er fand die auch gut, die Döner Kebab. Wenn er sagt auch gut, dann muss ich, meine Erinnerung sagt mir, dass ich nicht mehr weiß, wie ich sie fand. Aber wahrscheinlich fand ich sie okay. Wie gesagt, ich bin meiner Zeit massiv voraus in den Videos momentan, dass ich da schon ganz sicher nicht mehr weiß, was ich gesagt habe, bis sie mal irgendwann erschienen sind. Aber es macht ja nichts. Wir leben halt im Moment oder irgendein Käse. Gut, dann war es das dazu. Dann das nächste spannende Video war das Unboxing der Anime-Tedys. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, dann meint, äh, Diego meint mega. Mit, mit Herzchen-Augen-Smiley. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, der Shady fragt wiederum, ist das originale Thumbnail von YouTube gelöscht worden? Ja. Nicht nur einmal. Äh, auch das wieder, das, ich hab mich ja letztens schon mal drüber beklagt. Dann gelöscht, was ja eh schon läppisch ist. In dem Fall, finde ich. Und dann, ja, Beschwerde eingelegt. Dann relativ schnell. Hm, hast recht. Völlig übertrieben, die Löschung. Okay, hier hast du es wieder. Und dann wieder natürlich eine Stunde später. Hey du, dein, dein Ding ist gegen Sex und Nacktheit. Äh, ist Sex und Nacktheit. Pfui, geht nicht. Weg damit. Ja. Und dann wieder Protest eingelegt. Und er hat, diesmal hat es fast einen Tag gedauert, bis sie eben bearbeitet waren. Hieß es, nein, wach ich in der Früh auf. Um sechs Uhr morgens. So hieß es dann, ja, hast recht. Sieben Uhr morgens kam dann wieder, äh, dann, nee, du. Sex und Nacktheit. Nee. Und ich so, ah. Dann hab ich halt den jetzt aktuell gültigen Thumbnail hochgeschoben, wo ich das Ganze ein bisschen gepixelt hab. Und da hab ich dieses Spiel auch mitmachen müssen, aber nur einmal. Da haben sie uns tatsächlich nach der ersten Beschwerde nicht wieder gelöscht. Deswegen ist der jetzt der fast echte. Kurioserweise, ein YouTube-Studio hat er einen schwarzen Rand. Ich weiß nicht, warum. Weil, wenn man es normal im Kanal anschaut, ist er nicht, Gott sei Dank. Also, äh, jedenfalls jetzt der jetzige. In der kleinen Ansicht merkt man den Unterschied kaum. In großer Seite ein bisschen pixeliger. Und ist sehr gut. Also, wie auch immer. Ja. Und, äh, MT Elite meint immer dieser Itten-Tango. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Haha. Und der Bumsi meint, gute Serie. Nicht nur wegen den Milchtüten. Das stimmt. Die sind, die sind halt ein, ein, die, die, das I-Tüpfelchen auf dem I, so ungefähr. Das ziemlich große Tüpfelchen meistens. Nee, die Serie an sich ist auch unterhaltsam. Also, ich muss zugestehen, dass ich jetzt sowohl weder die englische noch die deutsche Synchro mich geflasht haben. Da kommt jetzt aber auch noch eine Besprechung demnächst. Hust, jetzt habe ich gespoilert. Egal, werdet ihr ja sehen. Ähm, ich hoffe, dass es jemand sieht. Sagen wir es mal so rum. Ähm, äh, also auf japanisch und ist schon ganz gut. Ja. Wie gesagt, schaut einfach zu und dann wird ihr eine fundamental gute, sachliche, ähm, Eroierung der, der Umstände und Zustände und ach, egal. Naja. Aber jedenfalls, ja, die ist gut. Ich meine, ich habe es jetzt halt einfach zur Gaudi ins Regal gestellt, aber es gibt, es gibt Gründe, warum man die kaufen kann da. Gut, dann kam da als nächstes, äh, das, jetzt habe ich irgendein Video vergessen anzuklicken, hä? Bin ich cool? Gab es doch keine Kommentare? Moment. Ah, da gab es noch keine Kommentare. Das von heute hat noch keine Kommentare. Schnief und auch bloß vier Aufrufe. Tja, egal. Das nächste war dann die Post-Credit-Scene. Ja, das war halt, äh, ein, ein fantastischer Outtake, wie MT Elite sagt, Gesundheit und der Cookie schaut ganz entsetzt mit seinem Smiley. Ja, und ich habe mal gedacht, ach, scheiß drauf. Videos, Videos braucht die Welt und fünf Sekunden-Videos können wir auch mal verwenden und dann, mei, was soll's. Solche Outtakes gibt es nicht allzu oft, aber in dem Fall, da weiß ich noch, dass ich bei dem Video, da bei der Verabschiedung kam es schon und dann habe ich laufen lassen, da habe ich mir gedacht, naja, wenn es geht, dann machen wir. Und das hat immerhin schon mehr Aufrufe wie viele andere Videos. Das ist eigentlich auch irgendwo deprimierend, aber egal. Und dann hatten wir noch ein zweites Social-Eating, das ein süßes, nämlich die Caribbean-Style-Cocktail-Fraline ist. Da meint der Bumsina lecker. Okay. Und der Bastian Berger, ein seltener Gast, auch heute da, hallo, er wird nie verstehen können, wie man leckere Schokolade durch Alkoholfasche handeln kann. Ähm, das ist eigentlich richtig, aber manchmal kann es auch ganz nett, ich meine, Muncherie wäre kein Muncherie ohne den Alohol-Hick. Und so, also es kann schon mal schmecken, aber oh, aber nicht unbedingt so wahnsinnig. Und dann schauen wir mal. Ich habe gerade hier eine Patchnote von Cozy Grove bekommen, was ich jetzt seit ich das Finale gesehen habe, nach 114 Tagen nicht mehr angefasst habe. Mal gucken, was sie gepatcht haben. Bin ich neugierig. Patches sind immer spannend. Ich hoffe auch, dass, ah, das ist übrigens, bin gestern, ja, Sony, ja, Firmware, Beta-Update, SSD-Slot, ja, der ist mir jetzt sowas von wurscht, weil die Platten sind sowas von teuer. Nein, danke. Aber dann lese ich am Abend noch, da gibt es ja noch einen Haufen Kleinscheiß. Und unter anderem, man kann das geschissene Grab-Screenshot-Icon abschalten jetzt. Oh Gott, ich will das haben, jetzt. Das ist sowas von lästig für der Arbeit halt, in meinem Fall natürlich. Man macht einen tollen Screenshot und weil man nicht lang genug nach dem Letzten gewartet hat, kriegt man dieses blöde Icon mit drauf, weil Sonys weder bei PS4 noch bei PS3 kapiert haben, dass man solche Einblendungen nicht auf dem Screenshot haben will. Und bei der PS4 konnten wir es auch am Anfang nicht ausschalten, aber bald. Und bei der PS5 ging es dann wieder nicht. Und jetzt wird es dann gehen. Und Trophäen werden wieder vertikal angezeigt, schon horizontal. Damit man die Texte auch lesen kann, ohne die scheiß Kacheln aufmachen zu müssen. Das ist so gut. Aber noch habe ich es halt nicht. Ich habe mich nicht für die Beta angemeldet. Ach, was soll's? Brauche ich ja nicht. Ich sehe übrigens, die Videos von der Woche sind schon länger her. Da habe ich ja fast keinen Bart auf. Oh je, ist doch schon eine ganze Weile her. Was wollte ich sagen? Irgendwas kluge ist wahrscheinlich, was mir schon entfallen ist. Ja, genau. Also das mit der Firmware. Ah, scheiße. Da habe ich mich noch schnell angemeldet und mit der Hoffnung, dass es noch klappt. Aber nein, hat nicht geklappt. Ja, na gut. Dann mal abwarten, wie lange es dauert. Werden wir ja sehen. Oder so. Gut, dann haben wir noch die Blaha-Geschichten. Da haben wir ganz viele spannende Sachen. Das ist hier, hier steht vier Kommentare. Aber er wird mir nicht angezeigt, der vierte. Er wird mir auch nicht im YouTube-Studio angezeigt. Ich habe eine E-Mail bekommen und rechts oben in dieser Notifications, also Notizglocke, die man haben kann, da steht er drin. Da hat nicht ein Mensch namens TheRedCut kommentiert, der mir jetzt gerade nichts sagt oder ich bin im falschen Video. Das kann natürlich sein. Warte mal. Ah. Ah. Nee. Das war schon zum Aktuellen. Oder? Ja. Zeig dir mal bloß nicht an. Ich weiß auch nicht. Also wird alles auch wieder gelöscht. Aber dann müsste ja eigentlich hier die vier weg sein. Es ist auch nicht in... Muss noch freigegeben werden. Ich weiß nicht. Also er meint jedenfalls, die Frage war, was sind meine Top-5-Anime mit deutschen Sprechern? Da kann ich dir leider nur sagen, ich kann gar keine nennen. Ich bin... Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal ein Anime komplett auf Deutsch durchgesehen habe. Also wenn ich selber gekauft habe, dann habe ich sich normalerweise die englischsprachigen Fassungen mir gekauft. Steins Gate habe ich, Danganronpa habe ich und jetzt Kandagawa und Aokana habe ich hier liegen wegen Arbeit. Das muss ich mir irgendwann entsorgen, weil ich geht. Und die habe ich alle nicht auf Deutsch geschaut. Ich habe vielleicht mal Fetzenweisen nachgeschaut. Ich habe auf Amazon hier und da mal ein, zwei Folgen von irgendwas auf Deutsch gehört, weil Amazon, Supersonico fällt mir da ein. Ich glaube, dass man da auch japanisch, dass das da sogar auf nur Deutsch gab. Bei Netflix wiederum sind die ganzen Sachen ja dummerweise, also jetzt Persona und Steins Gate Zero, auf Deutsch und auf Japanisch drin. Und dann schalte ich halt auf Japanisch mit Untertiteln einfach doch aus. Also ich könnte jetzt keinen sagen, der, hey, der war auf Deutsch wirklich gut. Kann ich einfach nicht. nicht gesehen. Ich habe mal, wie gesagt, bei Kandagawa mal reingehört, aus Arbeitsgründen auch. Und dann kann ich sagen, ja, mei, war halt eine typisch deutsche, heutzutage einigermaßen akzeptable Synchro, aber halt mehr auch nicht. Also da kann ich leider gar nichts zu sagen. Sorry. Gut, dann sind wir durch. Gehen wir zu den ehemals. Ähm, ja, okay. Also ganz kurz wird es auch nicht, aber auch nicht. Der erste dieses Mal war gestern dann der Tokio. Das sagt Blathastisch. Hallurig. Zunächst zu seiner Astro City Mini-Lieferung aus Japan. Kam ohne weitere Kosten pünktlich am Montag hier an. Sollte ja auch keine Kosten erzeugen. Eben nur, man kann halt das Pech haben, dass der Zoll einen Wertnachweis braucht, laut der Herr. Das, wie mir die letzten drei Mal passiert ist. Übrigens auch spannend, das hatte ich auch noch nie. Äh, die Great Ace Attorney Chronicles sind ja jetzt erschienen diese Woche. Die sind toll. Lohnen sich. Ähm, bloß bei uns gibt es ja keine Retail-Fassung. In Japan gibt es eine für PS4 und Switch und in Amerika meine ich nur Switch. Kann mich aber auch täuschen. Egal. Es ist das erste Mal, das ich erlebt habe, jetzt, ich habe jetzt nicht vorbestellt, weil ich, äh, in Japan, diesmal, weil ich darauf spekuliere, die Army-Version bei NetGames zu kriegen, wenn man sie mal da hat. Aber es ist frühestens nächste Woche so. Wird es so sein. Ich hoffe, dass es passt. Dann werde ich es mal da kaufen. Ähm, die japanische Version steht als Status bei Amazon Japan in Stock Soon. Und das kenne ich so nicht. Ich kenne immer nur, erscheint am Tag X und dann ist es halt auf Lager. Oder es ist später vergriffen, dann heißt es bald wieder da. Also derzeit vergriffen oder in ein bis zwei Tagen oder irgendwas oder in der Woche. Aber in Stock Soon, das ist neu. Ich meine, Donnerstag erschien, jetzt ist hier in Japan, ist jetzt schon Samstag um die Uhrzeit. Und sie haben es noch nicht auf Lager. Weil ich weiß, äh, gut, der Thomas Nikl hat es bestellt, hat er mal gesagt. Und der hat dann auch festgestellt, hoppla, ist er noch gar nicht verschickt. Ist auch komisch. Ähm, ja. Ich kann es ja zum Glück so spielen. Ich habe es getestet. Den Test werde ich dann lesen. Kurzfassung war, es ist ganz toll. Kaufen. Wenn man ein bisschen Herz für Ace Attorney hat, dann muss man es haben. Es ist auf jeden Fall das am Bestaussehendste bisher, weil sich dieser polygonale Stil, der auch schon bei Ace Attorney 5 und 6 war, auf dem großen Fernseher wirklich gut macht. Also tipptopp. Und die, es ist wirklich gut. Die Geschichte ist auch sehr interessant. Ich war auch skeptisch, dass diese, wir spielen in der Vergangenheit, Prequel-Geschichte, aber nein, das ist wirklich richtig gut. Ein bisschen zu lang vielleicht, aber dafür kriegt man halt auch viel Spiel fürs Geld. Aber ja, in Stock Soon, das wird sich noch ändern, aber ich warte, wie gesagt, ich hoffe, ich könnte bei Videogames Plus, habe ich schon lange nichts mehr bestellt. Wäre mal ein Experiment wert, aber ehrlich gesagt, habe ich keine Lust abzuschauen, wie es da ist und so geht. Ich habe heute was bekommen aus Großbritannien. Das hat Poststempel vom 13.07. Heute ist der 30. Keine Zollbehandlung erkennbar. Da steht eine Zolldeklaration drauf, Wert 3 Pfund. Das haben es wohl durchgewinkt, weil unter einem Euro wird ja nicht eingezogen. Das steht bei Zoll auf der Webseite. Also wenn man Sachen unter 5 Euro wert kauft, dann muss man, Pi mal Daumen, 5 Euro, dann muss man nichts zahlen. Aber es ist auch nicht dieses grüne Label, nichts drauf. Aber es hat offenbar 17 Tage gebraucht. Ich habe von der Firma vorher schon mal was bekommen, zweimal. Einmal selber gekauft, einmal geschenkt. Und da hat es keine Woche gebraucht. Das war aber noch vor dem 1. Juli. Also kein Schimmer, was da los ist. Aber ja, egal. Wie auch immer. Jedenfalls. Also ohne weitere Kosten wirklich am Montag. Allerdings war er im ersten Moment doch etwas geschockt, denn anstatt eines Amazon-Kartons bekam er einen recht großen gelben DAL-Karton ausgehändigt, der umwickelt mit Klebeband war, wo drauf stand Repack. Das kennen wir ja von Fanpost zum Beispiel. Hatte ich letztens tatsächlich, ich habe jetzt zwei Amazon-Pakete bekommen, die Tage, das eine davon war auch neu zugeklebt wieder, weil aufgerissen. Meine Eltern haben am Montag was bekommen, einen Karton innerhalb von Deutschland, der war auch neu zugeklebt, weil auch aufgerissen. Der war schlecht gefüllt offensichtlich, schlecht gepolstert. Also momentan geht es dazu irgendwie. Das ist aber, ja, das ist aber schon ein bisschen kurios so hier. Erster Gedanke war natürlich, der Original-Karton ging kaputt mitsamt Inhalt. In dem Karton war dann aber der recht kleine Astro-City-Karton unbeschädigt, ganz viel Stopfpapier. Vielleicht wurde der Amazon-Karton auch einfach vom Zoll geöffnet und dabei kaputt gemacht? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nicht, ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube eher, dass es Amazon kaputt gemacht hat, so wie halt bei der Fanpost ja auch. Da war ja dann auch, es wurde ja umgepackt, hieß es ja dann. Ne, ich richte den Kopf ab. Ähm, der Zoll hat's, wird's kaum, der wird's durchgewunken haben. Die machen nicht auf. Also, der Knackpunkt ist vor allem, Zoll macht eigentlich auch nicht auf. Der sagt dann zu dir, komm her und wir machen's vor deinen Augen auf. Das war die zwei, dreimal, wo ich's in meinem Leben diesen Spaß erleben durfte, war's so. Und das war einmal, mindestens einmal korrekt deklariert, aber egal. Ähm, und, aber das mit dem Stoffpapier klingt auch interessant. Ich weiß nicht mehr, wie ich's meint. Ich hab damals das Astro-City mit einem Controller zusammen bestellt. Das war, glaube ich, ein normaler, großer Karton und auch gut. Und, naja, wie auch immer. Wenn der Karton, die Verpackung von Astro-City passt, dann ist ja gut. Alles gut im Endeffekt. Und, ja. Jedenfalls gibt er mir recht, Amazon Japan ist immer wieder erstaunlich, wie gut das klappt. Ja, sobald's mal unterwegs ist, dann klappt's und nicht DHL irgendeinen Bock schießt. Äh, und jetzt, wie gesagt, Ace Attorney, komisch, aber rennt mir momentan nicht weg, solange sie's überhaupt mal haben. Auch gut. Und dann, vorher setz ich auf NetGames. Da klappt ja meistens alles, auch wenn ich jetzt dieses Mal mein Spiel. Leider heute nicht am Samstag Krieg. Aber da kann er ja auch nix dafür. Das muss ich ja zugeben, wenn halt die Lieferung so spät kommt, dann ist es natürlich mit einpacken, umbuchen, alles komisch. Es war halt nur dumm, dass draufstand, dass er im System schon verbucht hat, ist schon auf Lager. Aber ich hab mir gestern auch schon gedacht, hey, Moment, wenn's jetzt am Abend zu Geschäftsschluss noch nicht auf Lager war, warum ist das jetzt auf Mitternacht plötzlich auf Lager? Dann hab ich schon gedacht, das ist aber merkwürdig. Aber gut, dann halt nächste Woche. Egal. Naja. Gut. Diese und letzte Woche hat er auch mal viel Prominentes weggeschaut, meint er. In Anführungszeichen. Zum einen hat er Castlevania auf Netflix angefangen. Aber nach fünf Folgen aufgehört. Erstens, erst mal war er überrascht, weil er es dachte, es sei ein japanischer Anime, er ist aber aus amerikanischer Hand. Das weiß ich zugegeben gar nicht, weil ich mich nie drum gekümmert hab. Ich geb's zu. Ich hab's nie angeschaut. Ich weiß auch nicht ganz wieso, weil Castlevania mich so die, wie soll ich sagen, die Story an sich nicht so interessiert. Die Spiele sind cool, die klassischen zumindest, aber die Story, was wirkt mich die? An sich ist es ja nicht schlecht, aber diese Army-Handhabe ist dann doch nicht so recht zu eins, meint er. Na gut. Dann hat er sich die Resident Evil Serie angetan, sind ja auch nur für Folgen zum Glück, denn da von der war er eher enttäuscht. Er meint, er hat jetzt keinen Meilenstein erwartet, aber alles war so belanglos und wirkte auch eher lustlos dahin geklatscht. Er glaubt, hier wollte Netflix einfach nur mit dem Namen groß auftrumpfen. Ich hab vage im Kopf, dass die ganzen gerenderten Resident Evil Filme alle bis dato nicht so der große Knaller waren und deswegen passt es da eigentlich nur so als Folge. Ich hab auch, das kannst du nicht einschätzen. Ich weiß, wir haben die Besprechung im Heft, aber ich hab sie nicht gelesen. Auf Disney Plus hat er dann WandaVision angeschaut und war auch nicht so sehr begeistert. Anfangs fand er das Konzept noch interessant, aber hinterher wurde es dann doch recht 0815. Und WandaVision sind in seinen Augen keine Charaktere, die tragen die Rollen verkörpern können. Eher gut als Support-Charaktere wie halt in Avengers. Könnte man so sehen, ja. Würde ich auch nicht widersprechen. Ich fand die Serie trotzdem recht gut, weil halt einfach der ganze Anfang so ganz anders war. Wobei, das ging mir ein bisschen zu lang, bevor dann wirklich hinter die Kulissen geblickt wurde, so richtig, sag ich jetzt mal. Und ja, dann wird's natürlich recht gewöhnlich. Aber gut, ich hab jetzt keine per se Abneigung gegen die Marvel Cinematic Universe Sachen. Aber ja, dann soll ich vielleicht Falcon und Snowman, was ist ein Falcon und Snowman? Falcon und Winter soll ich schon nicht unbedingt anschauen wollen. Und Loki ist echt so eine Sache. Da muss man schauen wollen. Weil halt Loki an sich ist cool, aber die Story geht halt ganz in eine andere Richtung stellenweise. Und ist halt auch nicht in sich abgeschlossen. Wobei WandaVision ja auch nicht, aber da kann man den Schluss zumindest so einigermaßen so stehen lassen. Aber na, egal. Ja. Und dann gab's noch Soul von Pixar, den er richtig gut fand. Den, der hat mich leider, den hab ich an Weihnachten noch angeschaut. Und Pixar geht ja eigentlich immer. Wobei, den neuen Pixar-Film hab ich noch nicht gesehen. Den ersten Nico, keine Ahnung. Aber Soul hat mich irgendwie nicht mitnehmen können. Der war mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, vielleicht, ich würde jetzt ungern sagen, zu anspruchsvoll, weil so kompliziert war der auch nicht. Aber er hat mich einfach nicht so, ich bin mehr so für leichte Kost zu haben. Und das war halt mehr so, hm, und auch stilistisch hier und da und naja. Aber gut, nee, ist schon gut. Und Raya und der letzte Drachen, der immerhin gute Unterhaltung war, nicht der beste Disney-Animationsfilm, weil er auf jeden Fall zu den besseren gehört. Den muss ich ja noch mal anschauen. Ich muss sagen, ich bin die Disney-eigenen Community-Filme ganz, war ich bisher ganz ordentlich unterhalten. Die neueren alle. Kann, muss ich den auch noch mal anschauen. Jetzt ist er ja umsonst, in Anführungszeichen. In den letzten Tops und Flops auf der Webseite bemängelt ja ein gewisser jemand, dass ihm in Vajana zu viel gesungen wird. Ich finde, den deutschen Titel regt mich immer noch auf. Moana klingt einfach besser. Da dürfte Raya genau sein Ding sein, denn wenn er sich jetzt nicht total irrt, wird er gar nicht gesungen im Film. Das kann gut sein. Ich meine, bei Wreck-It-Ralph wird er auch nicht gesungen. Also nicht in jedem Disney-Zeitendrück-Film wird heutzutage noch gesungen. Nein, natürlich meistens schon. Und bei Vajana war es halt Teil dazu, weil es halt mehr so traditionell war. Ich kann mich jetzt nicht mal ganz entsinnen, aber ich bin relativ sicher, dass ich es nicht zu viel fand. Aber gut, ich meine, über Geschmack sollte man nicht streiten. Und da weiß ich schon, ja, da denke ich immer auch hier und da, oh Gott, was sagt er jetzt wieder? Aber es ist halt so. Allerdings, wer den Gesang in einem Disney-Film bemängelt, hat irgendwie die letzten sechs Jahrzehnte so nicht mitbekommen. Das ist richtig natürlich. Aber wie gesagt, es gibt ja auch in den Neueren eher auch öfters mal welche ohne. Na, egal. Und mal davon abgesehen, dass Vajana einen super Gesang hat, allein voran The Rock mit seinem You're Welcome Song. Ich frage jetzt natürlich, ob man den wieder auf Deutsch ist. Sind die eingedeutscht? Wahrscheinlich, oder? Ja. Keine Ahnung. Könnt ihr mal gucken. Es ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber der war zum Beispiel eben auch richtig gut. Das ist nicht von Pixar. Und gestern hatte ich noch Star Wars Episode 9 angesehen, der eben jetzt noch schlechter vorkam als damals im Kino. Den habe ich bis heute nicht gesehen, weil ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe aber auch Mandalorian nach drei Folgen abgebrochen und mir jetzt diese, wie heißt das, so und so Bunch, wo gerade ist und Solo habe ich nicht gesehen und Rogue One nicht. Also bin halt noch nie der große Star Wars Nerd gewesen. Ist halt einfach so. Da stimmt einfach nichts, meint er. Gar nichts, mal von den Effekten abgesehen. Dafür war das zweistündige Making-of, welches eben sei, falls auf Disney Plus fahren, ist ganz unterhaltsam. Das muss man denen lassen. Hinter den Kulissen-Extras können die schon ziemlich gut. Das stimmt. Die meisten, die ich bisher gesehen habe. Der WandaVision hinter die Kulissen war auch sehr gut. Was ich richtig toll fand, war der Frozen 2. Das ist ja nicht nur ein Film oder eine Folge. Es sind ja gleich sechs Teile oder sieben. Das ist super interessant. Also sind wirklich toll gemacht. Das stimmt schon. Zum Schweinkram-Unboxing aus UK. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was Anime auf der Insel kosten und dann hierfür Preise aufgerufen werden. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Crunchyroll oder Wakka-Anime, was die im Monat kosten und tonnenweise Anime bieten, ist das Kaufen auf Disc noch weniger verführerisch. Ja, es ist halt offensichtlich eine sehr spezielle Kundschaft. Ich meine, bei Kandagawa können sie natürlich noch damit protzen, dass sie die Uncut-Version haben, weil da ist definitiv, auf Wakka-Anime habe ich extra ausprobiert, mich bei Wakka-Anime angemeldet mit Werbung schon. Da sind die Sachen geschnitten. Da liegt wohl Nebel drüber oder irgendwie ein schwarzer Dunst oder in der ersten Folge ist der Camel Toe nicht mehr vorfindbar zum Beispiel. Und bei uns grillt irgendjemand in der Nachbarschaft. Interessant. Interspecies-Reviewer, ich weiß gar nicht, ob es den bei uns zum Streaming gibt, der ist natürlich außer Fall. Aber ja, irgendwie ist halt das deutsche Anime-Publikum da zur Dummheit erzogen in der Hinsicht, dass sie sich so über den Tisch ziehen lassen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, früher wäre England auch recht teuer gewesen, das Zeug alles, aber heutzutage ja offensichtlich nicht mehr. Aber naja, egal. Fragen. Finde ich es auch recht verblüffend, dass selbst nach acht Monaten immer noch keine PS5 und selbst Series X-Konsolen regulär zu bekommen sind. Laut einem Intel-Typen könnte sich die Knappheit an Chips noch bis 2023 hinziehen. Ja, hätte ich... Ich meine, ja, ich meine, es zieht sich ja jetzt alles. Man hat halt den Virus und alles nach und nach. Aber wenn man natürlich jetzt wieder gehört hat, sie haben 10 Millionen PS5s verkauft und mehr als zum gleichen Zeitraum PS4. Warte mal, jetzt klingelt mein Handy. Moment, das muss ich schauen, ob es was Wichtiges ist. Und es war natürlich nichts Wichtiges. Es war offenbar eine Arschloch-Scheiß-Werbe-Kacke. Ich weiß immer noch nicht, welcher dumme Wichser an meine Handynummer irgendwo gekommen ist. Das regt mich so auf in letzter Zeit. Zum Glück hat selbst mein alter Knochen eine Filterliste und dann wird halt gefiltert. Da bin ich jetzt tatsächlich hingegangen, weil man beim Handy immer ein bisschen problematisch ist. Man weiß nie. Und da kann ich auch nicht so schnell mit Copy-Paste mal kurz gucken. Nummer aus, warte mal was, Stuttgart, glaube ich. Da habe ich mir schon gedacht, das kann eigentlich nichts sein. Hingegangen, dann habe ich noch eineinhalb Sekunden irgendein Callcenter gehört und haben die aufgelegt, weil ich nichts gesagt habe offensichtlich. Man sollte nicht hingen, das weiß ich auch immer, damit man nicht auf eine valide Nummerliste landet. Aber man weiß halt doch nicht, ob es nicht irgendwas doch Wichtiges ist. Und in letzter Zeit, wenn ich dann jemand am Telefon habe und den mir irgendein Finanzdings, dann bin ich auch doch eher unwirsch. Und die sind dann immer ganz schnell beleidigte Leute am Telefon. Ich meine, du bist ein dummes kleines Würstchen, das in einem scheiß Callcenter Cold Calls an Leute gibt, die ganz sicher kein Interesse haben. Und dann führst du dich auf, oder was heißt aufführen, und dann bist du eingeschnappt, wenn die Leute am Telefon stinkig wären. Ich meine, ich beleidige jetzt niemanden mit meiner beliebt bekannten derben Art, sage ich nicht, du Arschloch zu so jemandem, aber ich sage, dann sagen sie ihren Elenden, dann sagen sie meinen Tippen, ich habe keine Lust drauf. Also wie gesagt, vulgär wäre ich dann doch nicht, aber schon aggro. Und dann noch so beleidigt tun. Was fällt denen ein? Echt, das kotzt mich so an. Naja, kann man nicht ändern. Ihr wüsst trotzdem gerne, wo die Nummer her haben. Ich muss ja aus irgendeinem Datensatz kommen, weil meine Handynummer kennt so gut wie niemand sonst. Außer halt bei irgendwelchen Läden und DHL kennst du natürlich, klar, aber. Ja, hilft ja nichts. Ich habe übrigens den Faden verloren, wo wir gerade waren. Ja, genau, bei den Konsolen. Also jedenfalls, wie viel war es? Eine Woche schneller, einen Monat schneller, wie bei der PS4? Also sind es auf 10 Millionen. Komm, wenn man sich jetzt mal überlegt. PS4 war am Anfang auch gut vergriffen, aber lang nicht so lang. Das ist schon krass, ja. Doch, ich finde schon. Und eigentlich, wenn man sich also überlegt, es ist gar nicht so, dass es so knapp sind. Die werden bloß so gefragte Teile, weil, wie gesagt, nach einem halben Jahr schon mit einer PS4 im Laden kaufen können. Und sie haben insgesamt nicht so viel verkauft. Also es ist schon derb. Und bei der Series X, naja, wer weiß das schon. Ich glaube halt, dass da wahrscheinlich wirklich diese zweigleisige Strategie dafür sorgt, dass sie halt einfach zu wenig Xen haben. Und wie man, es ist halt doch so, wie ich für mich auch gedacht habe, die Series X, äh, es will halt niemand. Der Early Adopter zumindest, weil halt jeder sich verarscht fühlt, so halbe Leistung und Käse. Auch wenn für Leute ohne 4K-Fernseher reicht die sicher locker. Aber natürlich die kleine Platte ist schon, wäre für mich ein No-Deal. Aber ja, ein Stück weit überrascht es mich schon. Aber andererseits, wie gesagt, wenn Nachfrage so krass ist, braucht man sich auch nicht wundern. Aber ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis es mal wieder einigermaßen normal wird. Bin ja auch sehr gespannt, wie das jetzt dann mit der Switch OLED wird. Ob sie die alle beliefern können. Kann man die jetzt eigentlich bei Amazon heutzutage schon bestellen? Oder noch bestellen? Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals ging. Ich habe eine bei Otto mir vorbestellt. Weil da muss man nicht voranzahlen. Das ist schon mal ganz ein entscheidender Vorteil. Also so vom Vertipp. Switch OLED, nee, derzeit nicht auf Lager. Na gut, kein Schimmer, ob sie das mal überhaupt auf Lager hatten. Die reguläre rot-... gibt es auch nur rot-blau oder was? Nee, die graue gibt es auch noch. Okay. Naja, egal. Ist aber lieferbar. 320 Euro. Ist das ein guter Preis? Ich weiß nicht. Die Lite kostet 210. Also die 100 Euro würde ich auf jeden Fall drauflegen. Freiwillig. Aber egal. Ähm, ja. Es soll ja eine neue PS5-Digitalrevision kommen, die wohl nur etwas leichter ausfallen soll. Wann rechne ich mit einer Slim oder gar Pro? Ach Gott. Ähm, das habe ich gelesen, dass mit dieser Quasi-Revision, das ist 0815, das interessiert niemand meiner Meinung nach. Aber gut, man kann sich auch immer täuschen. Äh, ich rechne mit, so schnell mit gar nichts. Die kommen ja nicht nach. Warum soll man, also warum soll man hier eine, eine... Also solche Produktionsoptimierungen, klar, die kommen immer wieder. Warum soll ich eine mit, äh, mit, äh, mit anderem Formfaktor oder halt, äh, stärkerer Leistung jetzt schon bringen? Ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Ich würde fürst, also ich sage jetzt mal fürstens 20, 23, zwei Jahre, wäre schon Mindestabstand, ja. Na gut, es wären dann zweieinhalb Jahre, sag mal. Vielleicht. Ich glaube es aber auch dann nicht. Warum sollte man? Es dauert doch nur ewig, bis das... Ich meine, vor allem jetzt, es kommt ja auch noch dazu, wer braucht denn die mehr Performance? Die Spiele schieben sich ja eh schon alle nach hinten, gerade noch ein Löcher. Ähm, da sind die Leute froh, wenn sie überhaupt mal was fertig kriegen. Naja, wappen Sie ab. Wie sind meine bisherigen Rührungen mit den Crisis-Titeln? Ähm, ich habe sie und ich habe sie so gut wie nicht gespielt. Das ist alles, was ich viel dazu sagen kann. Ich weiß noch, dass ich Teil 3 eingelegt habe und mir gedacht habe, ja, großkotzig, das ist schon ja so eine Ceva Djerli-Produktion. Also, wow, großkotzig. Und das natürlich, äh, weiß gar nicht mehr, hat die deutsche Fassung Englisch drauf, aber sie hat auf jeden Fall Türkisch als Tonspur drauf. So absurd, ich meine, so egozentrisch denken, weil das halt mehr Leute, weil, ja, na gut, ich meine, da hat man ja hier und da immer wieder was gehört über den Laden, aber, ja. Offensichtlich gehören sie noch nicht Tencent, zumindest nicht offiziell, weil, nein, also ich kann es nicht einschätzen. Ich finde das Charakterdesign von Crisis so ultra langweilig, diesen, diesen Pseudo-Schutzanzug oder Kampfanzug, was das sein soll, aber mehr weiß ich nicht. Genug geschrieben für heute, er wünscht allen harten Kernen und andere Leute, wo ich nicht zustimmen möchte, ein schönes Wochenende, der Tokio. Gut, danke, gleichfalls. Dann hat mir Dominik heute geschrieben, er meldet sich ab nächstem Woche wieder in ganzer Prachtmeiter und hat viel zu tun durch Arbeiten, findet es zum Kotzen. Das kann ich nachvollziehen, hat mir ein hübsches Bild geschickt, wo, wo auf junger Kätzchen zu verschenken. Sind alle geimpft, saugen aber noch und zwei wollte er selbst behalten. Ja, T1, T1, T3, T4, T5, T6, T7, ja, ist ganz nett. Wer sich jetzt wundert, dann erinnert er sich, was er sonst immer so als Witz der Woche schickt. Da Max hat geschrieben, hallo Ulrich, herzlichen Glückwunsch und Fragen. Wenn er nicht an diesem Samstag, den 31.07. diese Podcastaufnahme veröffentlicht haben werde, ist er jetzt 34 Jahre alt. Gratuliere, du bist ja noch ein junger Spund. So jung wäre ich auch mal, wäre ich das gerne nochmal, ja, ich hätte nichts dagegen. Das ist seine kleine Beute, Entschuldigung für den dunklen Rast, das macht gar nichts, man sieht ja, was drauf ist, kommen wir gleich zu. Es gibt zum Abendessen selbstgemachte Big Kahuna Burger und danach Pulp Fiction. Ja, kann man sich mal wieder anschauen, stimmt schon, habe ich schon ewig nochmal gesehen. Big Kahuna, selber gemachte Burger, das mache ich lieber nicht, weil Burger sind so Sachen, wo ich der Meinung bin, da bin ich nicht in der Lage, oder auch unsere häuslichen Kochfähigkeiten sind nicht so spannend genug, dass man, dass sie nicht nicht lieber einen gut gemachten Burger auch aus einer Fastfood-Kette nicht bevorzugen würde. Ich meine, die Gourmet-Burger von Max sind schon gut, wenn sie warm sind. Gut, also, was hat sich gegönnt? Ein Heft im Abo-Cover, das ist natürlich gut, das hilft mir auch weiter. Ein Zelda, Skyward Sword HD und die dazugehörigen Joy-Cons, die ja scheinbar keinen Drift mehr haben sollen. Nicht schlecht. Ein Monster Hunter Rise in der PEGI-Version. Aha, so, so. Ein Biomutant, na, viel Glück. Ah, das, das kontroverses Spielschirm. Ein Hades, ich habe immer gedacht, das ist vergriffen, aber scheinbar nicht, ja. Hades, hätte ich jetzt natürlich sagen können, hättest du noch eine Woche gewartet, hättest du die Full-HD-Luxus-Version für die großen Konsolen haben können. Aber nur zu, ist ja auf Switch auch schon gut gewesen. Dann ein Set an, was ist das? Sticker-Karten, Sammelkarten, irgendwie von Mayo, 3D, World. Und Bowser's Fury, gab es die irgendwie als Pre-Order-Bonus oder Bestell-Bonus oder Gimmick oder was? Und dann noch ein paar, ähm, Kingdom Hearts 3, gruselig, für die PS4 und zwei Castlevanias für PS2. Das eine ist nur Castlevania, was war denn das für eins? Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern und, äh, Curse of Darkness. Ich glaube, ich verwechsel die jetzt gerade irgendwie. Welche das sind? Lords of Shadows war doch der 3D-Reboot. Was waren denn das für welche? Kann mich ehrlich nicht daran erinnern. Gab es denn mal ein Castlevania-Prückelspiel für Wii auch noch? Mäh, gucke ich halt mal kurz nach, was mir Wiki zu Castlevania sagt. Wikipedia, Castlevania zur, ja, Castlevania zur Marke. Ops, Games, was haben wir denn hier Schönes? Äh, Lords of Shadow, Rebirth, äh, Girls of Darkness, ist das hier? Ist das Action, ist das zweite 3D, was steht hier, das zweite 3D-Castlevania von Tokio nach Lament of Innocence. Wir haben es da bei uns den Untertitel wieder gekillt, oder? Das sieht fast so aus. Okay, was ist denn das für eins? Äh, ich stelle dir da fest, keine Screenshots sind immer ein bisschen blöd. Bäh, ah, hier ist ein Screenshot vom anderen. Okay, kann mich ehrlich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich habe die nie gespielt, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Äh. Ich könnte schwören, es gab ein Prückelspiel auf der Wii. Äh, oder? Castlevania Wii. Das fasziniert mich, deswegen muss ich jetzt googeln. Castlevania Judgment. Ja. Wo haben wir es denn? Hä? Original Series in Green. Hä? Warum taucht das da nicht auf? Bin ich jetzt blöd? Spin-offs. Ja. Okay. Another Multiplayer Online Title. Harmony of Despair. Mhm, mhm. Ja, also Castlevania Judgment. Ich glaube, das war doch ziemlich komisch. Oh, Metergeschüttung 49. Hm, sehr gut. Ja, egal. Jedenfalls, ja. Gute Ausbeute, stimmt schon. Äh, so. Fragen. Habe ich früher He-Man gesehen und werde ich mir auch Master of the Universe Revelation auf Netflix anschauen? Nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese He-Man Master of the Universe Fragen habe ich alle paar Wochen immer wieder. Nein, ich hatte mit Master of the Universe nie was zu tun. Ich hatte nie Figuren, ich habe nie die Seindrickserie gesehen. Ich habe, glaube ich, mal den Film mit Dolph Lundgren gesehen und kann mich aber nicht mehr weiter daran erinnern. Hm. Also ich habe exakt null Jugendbezug auf Masters of the Universe. Deswegen gibt es für mich auch keinen wirklichen Grund, den Reboot jetzt hier anzuschauen. Auch einer von Kevin Smith ist. Aber ich fand, Kevin Smith hat die letzten Jahre auch nicht mehr viel gerissen. Und ich finde, alleine die Optik, wie He-Man aussieht, da sieht mir irgendwie so komisch unproportioniert Muskelberg aus, dass ich keine Lust drauf habe. Also nein, ich sage mal so, äh, ich habe, was ist, die Woche ist gleich Centaurland angelaufen. Das sieht so absurd aus, dass ich mir das zumindest mal, da will ich mal reinschauen. Naja. Kennt ihr noch Breakdown für die Xbox-Konsole von Namco? Ja, kenne ich. Habe ich, habe ich nie wirklich lange gespielt, aber das war sehr cool. Ich meine, es war alles in Ego-Perspektive, in der Rolle von Derek, der kein Gedächtnis hat und übernatürliche Kräfte besitzt. Das war übrigens mal bei Xbox Gold dabei. Habe ich also auch auf dauerhaft digital inzwischen im Besitz. Es erinnert sich zwar an, es erinnert sich zwar an einen Ego-Shooter, doch wenn man dann sieht, wer der Burger, ein Protagonist, ein Burger ist und eine Cola trinkt und dann in die Toilette kotzt. Ja, das war, war, das weiß ich nicht, das war der Anfang. Da haben wir, glaube ich, einen Screenshot im Heft gehabt. Die Grafik war damals keine Schönheit, richtig, aber sie war auch nicht so schlecht, glaube ich. Auch sonst hat sich das, hat nach mehr als 17 Jahren drin gelassen, weil A, die Kämpfe zu hektisch sind, B, die Level heute eher uninspiriert aussehen und C, die Moves von ihm eher sperriger wirken als Faith aus Mirror's Edge. Ja, das würde ich auch hoffen, dass Mirror's Edge ein bisschen weniger sperrig ist. Das ist riesig auch ein Parcours-Spiel, da muss man ja smooth und flüssig laufen können und verketten können, die Moves, egal. Immerhin ist der Spielablauf abwechslungsreich, die Story hat ein paar gute Twists, leider mit Trial-and-Error-Passagen, sehr gut. Immerhin hat es trotzdem Spaß gemacht, aber aus der heutigen Sicht auch mit ein paar Mängeln, na gut, das überrascht ja niemand, glaube ich. Was ist für mich das wichtigste Spiel? Ja, wie soll ich sagen, das ist eine bisschen sehr vage Frage. Nach welchen Kriterien? Von welchen Kriterien gehen wir aus? Für mich persönlich, historisch betrachtet, sonst was. Nein, historisch betrachtet wohl Pong. Überraschung. Vielleicht Space War, aber Pong war ja das Mainstreamigere. Für mich persönlich, oder natürlich Tetris, wäre vielleicht auch, wenn man eine modernere Wahl nehmen will, weil Tetris ist halt Tetris. Für mich persönlich, das Wichtigste, Marc, ist schwer zu sagen, das könnte ich sagen, die ersten Videospiele, die ich gespielt habe, das waren irgendwelche, ich glaube, Philips G7000-Spiele-Sammlungen, Sportspiele, Rennspielsammlungen, die wir in Cousin besessen hatten, wo man dann immer, rund um Weihnachten sind wir immer einmal zu Besuch gefahren, da habe ich das erste Mal Berührung mit gehabt und dann haben mir meine Eltern ein altes Atari geschenkt oder so. Da hat sich das Ganze, das Unglück seinen Lauf genommen, würde ich mal so sagen. Da war ich, geschätzt, fünf, sechs vielleicht, keine Ahnung. Könnt ihr jetzt natürlich auch sagen, meine ersten Atari-Spiele, das wäre das eine war Combat und das andere war Space Invaders. Space Invaders passt natürlich auch gut, weil es natürlich ja wichtig ist in der Historie gesehen, Combat weniger. So vielleicht, ja, sind Beispiele aus der Neuzeit, könnte ich aus diesen wehen, das, wo ich am längsten gespielt habe, oder hey, die erste Playstation-Erfahrung war natürlich dann Ridge Racer, weil, oh, geil, 3D-Optik, sieht das toll aus und so weiter, aber ja. Also, wenn mir Info gewünscht ist, muss man ein bisschen engeren Rahmen geben, dann können wir es nochmal probieren. Schönes Wort, dann bleibt gesund, auch an die Kernspiel-Userinnen, natürlich, ja klar, wer auch sonst, also an uns vor allem, natürlich. Gut, dann habe ich den Cookie, der meint kurz und zu 100% politikfrei, okay, können wir machen. Heute mal ganz kurz, der OLED-Bildschirm bei der Playstation Vita ist klasse, da er seine Switch aber nur am Fernseher benutzt, weil er seine größte Speicherkarte im Gerät hat, lohnt sich die OLED-Switch für ihn nicht. Ist korrekt? Es gibt keinen wirklichen Grund, das habe ich, wir haben Leserbriefe bekommen, die ich jetzt auch in der Antwort, habe ich ungefähr das geschrieben. Wenn ich eh nur am Fernseher oder so gut wie nur am Fernseher spiele, gibt es keinen Grund. Der größere interne Speicher ist auch kein Grund. Klar, gibt es keinen Grund. Die Switch Lite wiederum ist doch für jeden Mist, meint er, da kann man die Joy-Cons nicht wechseln und viele Spiele nicht spielen, aber manche Leute kaufen sich scheinbar alles. Ja, wie gesagt, das mit den Joy-Cons ist für mich ein K.O.-Argument, natürlich, sehr wohl. Und viele spielen, so viele sind es nicht, aber, und die kann man auch spielen, dann muss man halt externe Joy-Cons anlinken. Was natürlich total bescheuert ist. Ja, nein, ich sehe es auch nicht. Für mich ist es, ich meine, gerade eben sowas wie Gehirnjogging auf Switch hat ja wirklich keine Sau interessiert gefühlt. Das kam raus und niemand hat darüber geredet. Und das ging dann ja nur so halb gar. Und da lag ja auch noch ein Stylus bei. Die Leute hoffen bei Indie-Spielen doch hauptsächlich auf die Switch-Umsetzung, damit sie die Spiele als Retail kaufen können. Da glaubt er nicht, dass die Möglichkeit des mobilen Spieltipps unbedingt die Sammelleidenschaft überwiegt. Es ist so eine Sache. Ich meine, die ganzen Switch-Port-Bagger, die wollen halt für jedes, die wollen es nicht auf PC haben. Oder die wollen halt ihre Switch. Ich glaube nicht, dass mit dem Retail-Kaufen, dass das die Hauptmotivation ist von den meisten, weil die meisten Indie-Spiele, die als Retail kommen, sind ja dann limitierte Sammlungen. Und der Durchschnittsdödel kriegt das doch gar nicht auf die Reihe, bei Limitrand zu bestellen. Oder will das auch nicht, weil es zu teuer ist. Ich glaube, da geht es einfach schon so irgendwie um... Auf meiner Konsole ist es sowieso am besten. Gib mir. Ich meine, dass der Indie-Markt auf der Switch auch ohne diese limitiert Sachen am besten läuft, das ist ja nichts Neues. Das weiß man ja. Das liest man ja auch so immer wieder, dass die Switch-Version sich am besten verkauft. Auch wenn inzwischen wieder alles ein bisschen kippt. Aber ja, das ist eine gute Frage. Die besagten 3 PS5 waren beim Expert ganz normal an der Theke. Vielleicht hat ein Vorbesteller sich nicht abgeholt oder der Expert bekam sie anteilig vom Hauptlage geliefert. Ich würde vermuten, dass mit den Vorbestellern ist ein guter Tipp, weil eigentlich heißt es ja immer noch, Stand heute, der Verkauf im Laden ist nicht gewünscht. Auch bei der Xbox, soweit ich weiß. Wobei bei DS steht ja auch immer rum. An der Theke konnte man sie ganz normal kaufen. Er glaubt nur, dass der Expert damit nicht aktiv werben durfte, da die Stückzahl zu niedrig war. Ob das jetzt mit Corona oder juristisch wegen unlauterer Werbung zu tun hat, weiß er auch nicht. Ja gut, ist schwer einzuschätzen alles. Aber ich glaube, wie gesagt, ich meine immer noch, dass es heißt, Verkaufsaktionen in den Märkten gibt es immer noch nicht, wegen soll alles online gehen. Dann war es vielleicht wirklich Abholgeschichte. Das kann natürlich gut sein. Aber mein Gott. Auf welche Titel, die noch 2021 geschehen, freue ich mich. Also primär Forza Horizon 5. Ich meine, ich ärgere mich zwar über die ganzen Holzköpfe, die jetzt irgendwie mir das schlecht argumentieren wollen. Sei es, weil keine Motorräder drin sind. Oder sei es, oh Gott, ich kann zu viel Offroad fahren mit meinem Ferrari. Muss ich nicht, kann ich halt. Oder, oh Gott, das 2 war doch viel besser. Also, das 2 war auch gut. Aber das 2 ist mit Sicherheit das langweiligste Horizon, was es gibt. Sowohl vom Ablauf wie auch von der Umgebung her. So schön die auch ist, aber es ist halt eine Umgebung quasi. Da ist kaum Abwechslung dahinter. Also, aber... Da wäre ich aggro. Ja. Das war es mehr oder weniger. Also, das ist das eine, wo mir spontan einfällt. Was kommt denn das Jahr noch großartig? Oh Gott. Also, das ist das, was mir jetzt einfällt. Immerhin. Ähm. Ja. Das ist echt traurig. Ich meine, sicher gibt es im Indie-Bereich auch Sachen, die mich interessieren. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Nintendo noch mehr Sachen hat. Also, äh, WarioWare habe ich Lust drauf, auf jeden Fall. Das ist aber jetzt auch nicht... Äh, ja, da freue ich mich auch ein bisschen. Weil ich da die Hoffnung habe, dass es gut wird. Ist ein bisschen wenig. Aber gut, ist so. Naja. Äh, schönes Wochenende mir und der Kerncrew. Danke. Gleichfalls. Und damit kommen wir jetzt doch zum Schluss. Naja, 50 Minuten sind es immer noch ungefähr. Der Düsi schreibt nicht noch. Moin, Ulrich. Er ist gestern erst aus dem Katastrophengebiet zurückgekommen, hat heute fast nur gepennt. Die Ansprache ist abgefallen. Der Körper holt sich das jetzt. Das glaube ich. Im Katastrophengebiet oder eher Kriegsgebiet war es schon sehr anstrengend. Teils 14 bis 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das ist krass, ja. Aber den Leuten da unten ein klein wenig helfen zu können, ist schon sehr erfüllend. Das glaube ich. Wenn man die Richtung von Jobs sich aussucht, dann natürlich doppelt und dreifach, weil dann macht man es ja gerne und oder freiwillig. Sie haben der Beholferung den freiwilligen Helfern und den Einsatzkräften Internet wieder so ein Lied zur Verfügung gestellt, damit die mit Verwandten in Kontakt bleiben können. Ja, das ist ganz, äh, kommt so blöd, wenn ich das jetzt sage, aber weil ich ja sonst eher so, ja, alles so ein bisschen, hm, mein Gott, auf die leichte Stunde nehme. Glaube ich alles sofort. Das ist auch, ich möchte es auch nicht in echt erleben müssen, sowas. Obwohl er da unten war, kann er sich das kaum vorstellen, wie es gewesen sein muss. Es ist einfach nur apokalyptisch, bis zu neun Meter was Wasserhoch und dann reißen den Fluss, das ist Wahnsinn. Das glaube ich sofort. Ich meine, man hat ja, das, was man gesehen hat, war ja schon, vor allem die Woche vorher war noch dieses, diese Bilder im Fernsehen, oh, in Japan ist ein Fluss und hat ein Haus weggespült und dann bei uns gibt es das dann auch. Und dann denkt man sich, oh. Ich meine, das, das, was längerfristig am meisten hängen bleibt, ist natürlich ein lachender Baldkanzler, was, was deprimierend genug ist, aber mein Gott, ähm, nein, ich möchte es auch, ich möchte es mir gar nicht vorstellen und bin so froh, dass ich in einem Eck von, von Deutschland lebe, wo sowas quasi ausgeschüttet ist, also sowas auf jeden Fall, dazu müsste ja ein Fluss in der Nähe sein, aber wenn man mal irgendwo ein Tornado, hier gab es mal so eine Windhose, die irgendwie mal aus dem Nichts zwei Häuser mitgenommen hatten, dann weg war, aber diese zwei Leute in diesen zwei Häusern, die waren natürlich die Deppen, also ich glaube, da ist niemand ums Leben gekommen, aber da war halt auch alles kaputt, dann, das ist auch schon nicht schön genug, das geht natürlich alles noch viel schlimmer, aber so auch, hier ist ein Haus abgebrannt, das habe ich erwähnt gehabt, da sind zwei Leute gestorben und die anderen, das Haus ist komplett weg und da ist auch so, pff, kann man sich gar nicht vorstellen. Naja, die beiden Evercaten-Module kamen letzten Freitag nach seiner Abfahrt, ja gut, dann hast du jetzt hoffentlich am Wochenende Spaß, ich habe sie eben noch nie mal ausgepackt, weil Worms interessiert mich halt gar nicht und die Indie-Spiele waren auch so, nö. Und wenn ich jetzt wieder die Erinnerung, dass in ein paar Wochen, mal schauen, wie viel früher die diesmal kommen, Codemasters und Megacat, die sind so viel spannender, kann ich nur sagen, ja. Und dann, was war Bitmover und Intellivision, die muss ich ja leider warten, bis die Founders-Edition kommt, ist also ein bisschen ärgerlich, aber mein Gott, dafür habe ich dann gleich sechs auf einmal, schön. Und das Playdead hat er sich jetzt auch mal bestellt, ist schon cool irgendwie. Ich hoffe es, ich habe halt gleich mit, hatten wir ja gesehen, wenn wir es auf Twitter, ich habe es gleich mit Abdeckungen bestellt und 270 Dollar mit allem Krims und ich habe ja auch das Riesendusel gehabt, dass meine Bestellung durchging, weil ich habe, weil die irgendwo Probleme, also wie du weißt, das Shopping hat funktioniert bis auf das Plug-in-Modul für internationalen Versand, deswegen haben sehr viele Leute, das war überlastet, sehr viele Leute sind nicht durchgekommen und dann hieß es, an euch wird nicht verschickt und bis es dann endlich ging, war die erste Fuhre schon durch, bei mir nicht. Ich habe noch dieses Jahr in meinem Status, ich hoffe auch sehr, dass das wirklich dann stimmt, bin sehr gespannt drauf. Mal schauen und hoffentlich klappt das auch alles einmal am Freitag. Das ist dann auch so, dann habe ich innerhalb von kurzer Zeit, wahrscheinlich zumindest, der Evercade Versus, gut, nicht so spannend und das Playdate und Playdate ist ja so zwei Spiele pro Woche, die ersten drei Monate und das ist angeblich ab dem Einschalten, also bloß wenn man später kauft, kriegt man die Spiele auch nicht schneller, aber ich habe dann hoffentlich, ja gut, man wird es sehen, die ersten Leute, die das Ding in die Finger kriegen, haben natürlich den größten Bonus, weil die komplett ungespoilert ihre neuen Spiele immer kriegen. Ja, mal schauen. Ja, bin auch sehr gespannt, den Luxus gönne ich mir halt. Klar. Und dann werden wir es sehen. Ja. So, das war es auch schon. Schönes Wochenende, bleibt alles schön negativ. Danke gleichfalls der Düsi. Und damit sind wir durch. Wie gesagt, mit schlanken 50, bisschen über 50 Minuten, das ist eigentlich, ja geht euch immer noch so. Folgen hatten wir auch mal. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel mehr, weil ich langsam fertig werden möchte und mein Abendessen dann ansteht, weil ich Hunger habe. Ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es mindestens drei Videos, wenn das mit meinem Spiel noch rechtzeitig klappt, dann gibt es auch noch ein tolles Intro. Vielleicht tolles Intro, wer weiß. Egal. Ein paar Leute klicken dann schon. Oder auch nicht. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts groß ein. Wie immer, nächste Woche wäre dann die Folge 180 mit Blah dran. Da wünsche ich mir doch ein paar Zuschriften, damit ich was planen kann von euch. Wie immer, entweder als Kommentar bei YouTube, sehr viel lieber, aber als E-Mail an Blah mit h at kernspieler.de. Und das Ganze, auch das wissen wir ja, die Profis alle, Freitag 18 Uhr, bitte, damit wir dann schauen können. Jetzt werde ich am Wochenende mal gucken, wie weit ich mit Olympia noch Interesse habe. Das geht ja leichter los, das hilft. Dann werde ich Formel 1 verfolgen, ob sich die zwei Streithähne vielleicht wieder gegenseitig in die Karre fahren. Das wäre schon sehr unterhaltsam. Aus dem falschen Grund vielleicht, aber unterhaltsam auf jeden Fall. Und sonst musst du Zeug spielen. Und eigentlich, zum Glück, aufs Meister habe ich auch Bock. Das ist schon mal immer positiv, wenn man sowas sagen kann. Und demnach, ja, wünsche ich euch auch ein möglichst gutes Wochenende, möglichst gute Woche, möglichst wenig Stress, möglichst gesund und alles Mögliche. Und dann sonst halt spätestens bis nächsten Samstag wohl. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.